User joined your channel So, da sitzt Finn Kreis Gott! Ich sagte Kreis Gott! Sprechen Sie! Mein Bub! Er spricht denn nicht oder was? Ich glaube er ist ein bisschen scheut Also ja Scheut! Sie müssen keine Angst haben, wir sind Deutsche! So, Lampert, Filch und Russland Ei, ihr müsst keine Angst haben, wir sind Deutsche! Na, als ich in Tschernobyl war, ne? Sie wussten ja an meinem Pass, dass ich Deutsche bin Die waren recht freundlich gewesen zu mir Wollen wollen Sie? Russland, Russland, Lampert, Russland Hier meine Frau, nehmen Sie sie, lieber Nazi Oder es könnte sein, dass hier noch was Ach, Vorsicht, ich will hier aufschießen Furchtig, abknall, Ash Kleine, süße Rippenmaus Ein klassischer Lampert Ich seh das Objective Ich seh auch Jäger Ja Haben den landet Oh, Pistelkill Nice Hier geht schon alle rein, Herrgott Wo war denn der? Der war drinnen Was? Ich bin durch den Hinzereingang reingegangen Ich bin durch den Hinzereingang reingegangen Keine Hauer Und irgendjemand anderen noch Ich bin unterwegs 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 Wenn das Bandit war, müsste der letzte... Ich hab mal, ich drohne. Die ist upstairs. Pass auf. Ja. Hab sie. Arbeit.